Das Jahr 2024 liegt vor uns. Wir freuen uns und hoffen euch auch weiterhin mit tollen Objekten begeistern zu dürfen. Wir fangen heute damit an und zeigen euch einen Bungalow aus dem Jahre 1980 hier hinter mir im schönen Guntersblum in der Waumser Straße. Alle weiteren Eckdaten Die erfahrt ihr gleich von mir. Lasst die Eindrücke auf euch wirken. Der Max nimmt euch mit auf die Reise. Bis gleich. Dieses Haus im renovierungsbedürftigen Zustand hat in Summe 130 Quadratmeter an Wohnfläche. Ihr habt die Möglichkeit mit der Einliegerwohnung 37 Quadratmeter separat zu vermieten. Könnt ihr natürlich auch jederzeit selbst nutzen. Das tolle ist, wir haben hier bereits eine Wärmepumpe. Den wesentlichen Energieträger Strom. So dass ihr für euch entscheiden könnt, inwieweit ihr weitere energetische Maßnahmen ergreift. Wenn ihr Interesse habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr anfragt. Schickt uns eine Mail, klingelt bei uns durch. Wir freuen uns über euer Feedback. WNF Wohnfinanz, der etwas andere Makler. Wir begeistern unsere Kunden. Bis dahin, macht's gut. Ciao, bye, bye. Bis zum nächsten Immo Friday. Nicht nur das Objekt muss dir gefallen, sondern auch Finanzierung ist oftmals der entscheidende Faktor. Hol dir also jetzt schnell und zuverlässig dein individuelles Angebot.